Hallo und herzlich willkommen zu HTTD mit einem neuen und sonst ist jeder wieder wie gewohnt da Markus ist auch mal wieder da nice guy Junge nice nice und der neue ist Snowblind Snowblind stell dich mal vor wie heißt du wer bist nun was tust du hier ich mach Bäume ich mach Züge übrigens für ähm wir haben die Silenced AWP verboten ja und ich will dass sie mich Antonia nennt Antonia ist Traitor nennt mich Guido ne jetzt will ich Antonia genannt werden Antonia okay Antonia ist es Hallo hallo wer kommt da? ich bin kein Detektiv du hast keine Angst vor mir geh weg Puh Piu Piu Okay was ist los? Alles so still? Was? Ich wurde gerade getötet aber irgendwie lebe ich wieder deshalb Ich muss mal ganz kurz Xaver 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 Ich habe jetzt mein Mikro auch übrigens an Hallo Leute Ich weiß jetzt nicht ob man mich vorhin gehört hat ich glaube nicht aber mein Mikro war gar nicht da Ja Ajo die Rutsche nicht benutzen wir straighter Ich weiß es ich kann nicht Ich hab doch CTT gespielt Alter Xaver Warum schießt ihr euch gegenseitig gerade ab? Ja das ist der Xaver und ich wir machen das immer Ja weil das lustig ist Ja Und dich der Xaver haben wir auch immer in der Welt Es gibt aber kein Kameraset für die zwei Ja aber nach jeder Runde doch oder? Nach jeder Map meine ich Ähm Vertrauung Geh mal an das Teil und drück E Hey Herman Geh mal da hin und drück E Wenn du mir vertraust Geh da hin und drück E Nur wenn du mir vertraust Ja Du vertraust mir okay Ja ich vertraue dir Okay aber du darfst mich auch nicht töten okay Ja okay drück E Alles klar dann auf gehts Ja 1 oder 2 Traitor Nein 2 Ach das war doch du rottel Ja okay Warte ich bin Traitor Warte schnell Ah ja Xaver Ja Was für dich warte Hast du gerade wirklich einen Traitor Nein Okay Simon ist gerade tot und es sind davor Schüsse gefallen Okay alles klar Das ist sehr verdächtig irgendjemand Ach fuck Das dumm ist Jetzt habe ich nichts mehr Der Xaver duscht sich gerade übrigens Das ändert sich schnell Stimmt überhaupt nicht Aber der Xaver wartet dann Ich werde angeschossen Von wem? Von wo? Äh schon wieder Giftgun war das glaube ich Ja Wo waren die? Ja Hermann war das Was? Hermann ist bei mir Hermann ist bei mir Hermann ist bei mir Hermann ist bei mir Nein Ich hab Hermann gesehen Ja knall ihn ab Ich hab ihn abgeknallt Es könnte Ayo gewesen sein Also Snowplane Wieso ich? Hermann war ihm Ja es war auch klar wie Snowplane Also man kann ja überhaupt nicht Ich hab einmal geschossen Aber ich hab Snowplane Aber ich hab Snowplane Aber ich hab Snowplane Abgeschneidet Oh Mann Jetzt sterbe ich Ah ich hab geschossen Ah 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 Ich komm weg Ich werd beschossen Rutsche Irgendwo da In der Rutsche Wo bist du? Nein nicht in der Rutsche Hinter der Rutsche Hinter der Rutsche Beweg dich nicht Bewege dich nicht Bewege dich nicht Bewege dich nicht Oh Moment Markus bewege dich nicht Zeig dich Markus Ich war im Wasser fest Gute Runde würde ich sagen Also Also Ganz kurz Ich hab grad einen riesen Error in der Hand Als ich die Waffe in der Hand hatte Ja Ich hab noch nicht sehr viel geladen Also an alle Zuschauer Ich musste komplett Steam nur installieren Und irgendwie Stimmt da bei TTT noch nicht alles zu Ah Herrlich Ähm Ja was ist jetzt passiert? Ich fand das gerade so geil Ich hab perfekt zu meinen Flachen gemacht Aber ich hab mich sehr betrayed gefühlt Ich hab dir geholfen Ja ich weiß Und du erschießt mich einfach Ja weil ich dir dann nicht mehr getraut hab Weil dann nur noch du und Markus gelebt habt Und dann hab ich Ich hab ich gedacht Okay Ich hätt dir geholfen bis zum Schluss Ja Ich hätt vielleicht Marik umgebracht Aber ich hätt dich nicht umgebracht Ich hätt überhaupt nichts kapiert Was da abging Äh Ich zwing ihn dazu mir zu zeigen Ob er Traitor ist Indem er dieses Teil aufmacht Ah Und dann macht das Ding auf Und dann gehen wir beide hoch Ja Er gibt ne Poison Gun Und ich vergifte halt über die halbe Map jemanden Ich dachte da hab ich gehört Oh Gott Ja Das Geilste ist mein Punktlad Ich hab nicht mein Minuspunkt Ich hab nicht mehr Karma verloren Aber Staff hat Karma verloren Ja Was ist das hier mit dem Apfel? Snowblein irgendwie grad Ja Ich hab echt gedacht das war Snowburnt Weil der war schon dort in der Ecke Ja aber ich Keine Ahnung wo ich hinlaufen wollte Maxi Du solltest dir jetzt ganz so schnell Im Traitorraum Ja weil wir jetzt das Waffenträg draus haben Ey 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 Weil bei uns am Maxi Maxi ist im Traitorraum verschwunden Was? Maxi ist das Ich meine die andere Nein stimmt nicht Ich bin hinten bei den Kabinen Ne er ist im Traitorraum verschwunden Aber da kommt jemand Den töten wir Hinten bei den Kabinen ist Xaver und ich ja Also das kannst du nicht sein Maxi Achso und Markus Ist auch da Es ist so schön mit euch Ah hallo Hallo Markus Da ist Snowblind Ich wurde beschossen Granate Könnte von dir gewesen sein Oder von jemandem hinten Im Traitorraum Okay Ja bei Traitorraum Keiner beschwunden Hallo Ich krieg Schaden ich sterbe Hallo geht er weg Hörmen Hörmen ist es Hörmen steht Nix Safer ist es wenn er vergift ist Ey Da war es es Safe call Safe call Hörmen ist er vergiftet Hallo das bin ich Wo ist das Da war doch grad der Xaver Ja der ist Ach Gott Ich Okay ich hab Xaver Welchen hast du gekillt Das war ich Okay das war nicht ich Shit Simon ich bin Inno Der einzige Snowblind ist es Simon Ist mir egal Ja Ja ich sag's Es werden nur noch wir drei Leben Ich hab keine rifle Lebst du noch Lebst du noch Lebst du noch Lebst du noch Ich hab keine Ja und ich hab den konstanten Schaden erst nach 30 Sekunden bekommen, ich hab wirklich Simon vergesst, aber dann kam Hermann vorbei. Das war das cooleste Versacke, Alter. Ich hab was ausgesucht, Mann. Ich hab die ganze Schuss voll daneben gesetzt, also richtig schlecht. Ja. Und ich guck dir halt gerade, ich guck Mayrek grad aus der Ego-Perspektive zu und seh genau wie er einfach diesen Bumerang in die Fresse bekommt und müsste so lachen. Ich hab nix kommen sehen. Ist mir egal. 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 Warum hab ich keine Pistole gefunden, Mann von? Pistole Power. Achs? Achselschweiß hast du. Achselschweiß. Achselschweiß. Alter, dieser Xaver will mich schon wieder zuhüten. Du hast doch den ersten Schuss schon abgegeben. Was ist mit dir? Ich hab jetzt gar nicht geschossen. Ey, will ich mir mal mal zeigen, wo Xaver ist? Ehm. Ist mir schnitzschweiß. Maxi hat mich abgeknallt. Boah! Maxi, wir töten zusammen Xaver. Wenn du Traitor bist, kannst du mich danach gerne töten. 25 hast du gemacht. Ja genau, du hast mir 30 gemacht. Ich rufe mir jetzt den Waffen und rotz dich weg. Wo seid ihr? Spawn. Ich sag der Maxi ist Traitor. Ich hab Waffe gewechselt, also ich würde aufpassen. Hinter mir ist Xaver, Herman, Xaver, Herman, Xaver. Herman knall Maxi weg. Okay. Ich glaub, er ist Traitor. Doch, doch. Ich glaub's auch. Okay. Markus ist es. Markus hat grad den Traitor gekillt. Markus ist es. Wer kommt her? Ich hab Raygun. Komm, jetzt knall ich Markus ab, der ist es. Nein, ich muss Xaver töten. Nee, der ist es nicht. Ich sag der Maxi ist es. Ja, ich bin bei Maxi. Knall Maxi ab. Lass ein Sword-Off, das ist gut. Was? Ich glaub einer von den beiden ist grad gestor. Oh ja. Ich weiß wo sie sind. Oben ist einer, oben ist einer. Ja, ich bin hier oben. Nee, der ist hinten bei den Kabinen. Der Maxi hat den. Der Maxi ist bei den Kabinen und hat grad sauber gekillt. Alter, hör doch auf auf mich zu schießen. Oh, ups. Aber was hat mich für eine Scheiß-Waffe. Wo an den Kabinen? Äh. Äh. Ich hab Wack, ich seh Namen durch die... Hey, das bin ich in der Kabine. Oh ja. Ich seh ihn, der ist links, rechts von mir. Jetzt, also der ist von dir rechts. Ein bisschen weiter. Ja. Wir haben ja noch kurz Party hier. Infinite Schuss, Alter. Komm her, mein Freund. Mann, die Waffe ist sehr schwach. Scheiß Schritt, Alter. Magnum. Ach was hat mich gedacht, ich hätte einen Autosniper und nicht so eine Rotzwaffe. Ich setze eine Kugel daneben und denke mir, was für ein Kacknut bin ich. Dann gucke ich jetzt so, duz, duz, duz. Ich war auch irgendwie davon vorbereitet, dass ich einen Autosniper hatte. Das war eine Autosniper, die du hattest. Nein. Doch, ich habe sie doch danach genommen. Also nicht die normale Autosniper, dann war das eine Autosniper. Diese komische da. Die ist aber auch nicht schlecht eigentlich. Aber ich hatte es so gut, als ich den Headshot gegeben habe beim ersten Schuss. Ja, dann bist du mich gleich darauf gestorben, weil der nächste Schuss war es gekommen. Ich wollte dich dann schon umbringen, aber dann habe ich gesehen, dass du einen Traitor gekillt hast. Ja, warum schießt der auf mich? Einfach mal reflex ab. Und ich habe auch noch Felge gekauft. Warum schießt der mich einfach ab? Es wäre die Railgun. Nein, es ist die Railgun. Jetzt kannst du auch mit Rechtsklick schneller schießen. Ganz gut. Hat gerade jemand... Auf mich wird geschossen. Magnum, Magnum. Ja, jemals kommst du weg. Auf mich wird geschossen. Hat Magnum weggemacht. Oder habt ihr auf mich geschossen? Oder habt ihr euch gegenseitig... Achso. Achso, ihr habt euch gegenseitig. Ich dachte schon... Ja, dann war es der Simon. Snowblind. Ich habe Magnum weggemacht gerade. War das? Nee. Simon war Xaver Traitor? Sag's mir. Jetzt habe ich Magnum weggemacht. Aber nee. Ich bin's auch nicht. Das ist okay. Oh, 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 oh. Wer war? Ja, ich habe das Ding aktiviert. Oh, 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 oh. Ja, dann ist es wieder Snowblade. Hä? Der hat auch nicht geschossen. Der hat auch nicht geschossen. Komm. Warte. Warum ist das... Komm, 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 komm. No, Blind ist es. Ich finde es nicht. Nein, er hat nicht geschossen. Nee, Wallack ist es. Ja, warte. Guck mal. Wir verteidigen den Typen jetzt. Ja, fuck's up. Hä? Achso, Dead Ringer. Ihr seid so richtig dumm, ihr zwei. Der hat den Dead Ringer aktiviert. Da knallen sie mich ab. Und dann konfirmt sie meine Leiche. Dann sagen sie auf dem Scheiße. Da war es nicht. Oh, die Koffer. Mann, 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 Mann. Varek ist gar nicht auf dem Server. Ja, bei mir wird der Rot angezeigt. Ja, doch. Tatsächlich. Ich achte schon auf keine Traitor, die beleben. Hallo. Hi, Varek. Hallo. Wo bist du? Möchtest du nicht deinen Traitor-Kollegen wieder beleben? Der liegt hier ganz schön rum mit dem Headshot. Ich wusste gar nicht, wer mein Traitor-Kollegen ist, wenn ich ehrlich bin. Wir waren das. Der Magnum. Oh, okay. Ich hätte ihn tatsächlich einfach wegmachen sollen. Aber nein. Ich bin jetzt mal nicht so random. Ich weiß doch eh, wo wir sind. Ich weiß doch eh, wo wir sind. Ne, leider nicht. Ich hab so ne Thomas und über die Wand denken mir so. Oh, mach. Ich bin dort, wo du mich eingesperrt hast und dann grausam verbrannt hast. Aha. Jetzt weiß ich, wo du bist. Ja. Ja. Doch, ne Thomas. Stefan, du bewegst dich. Stefan, du bewegst dich. Haha. 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 Du winkst mir zu. Haha. Du winkst mir zu. Haha. Haha. Hallo. Hallo. Bewegst du den? Ne, oder? Äh? Ne. Haha. Könntet ihr dich auch hören, seine Deckung wegzubewegen? Halt ab. Pff. Komm, Walrek. Wie lang wirst du uns noch warten lassen? Was ist das? Ja. Halt. Halt. Der rechte Fetisch kommt bei ihm raus. Hahaha. Scheiße gelaufen, Walrek. Ja, finde ich auch. Richtig scheiße gelaufen. Ja. Ja, weil der Slash Spawn nämlich genau da ist, wo ich steuere bin. Ja, ich weiß. Warum wolltest du mich nicht davor abschießen? Schau mal, Xaver das Leiche bewegt sich, Hörmann. Schau mal. Wer wollte ihn wen abschießen? Ja, da an der Wand. Ja, pff. Keine Ahnung. Ja, was hat der? Haha. Ja, ich habe da hingekächtet und dann hat er sich anfangen sich zu bewegen. Schmeiß, Hörmann. Schmeiß. Hei. Hei. Haha. Ah, Xaver. Es tut mir leid, ich habe einfach nachher zu machen. Ja, ich habe mich voll gewundert, warum ich mich einfach abknallt. Achso. Ja, weil ich mir gedacht habe, wenn die beiden auf den geschossen haben. Ich werfe am Puma ran und dann lauft ihr einfach zwischendurch, äh, werfe ich zwischen euch. Ja, und dann sammle ich den auch noch zufällig auf. Ich habe sie mich erst mal gar nicht geschnallt so. Hä, was hast du denn gemacht? Und dann sammle ich den Puma rein. Oh, okay. Alles klar, du bist es. Dankeschön. So. Maxi ist es. Meinst du? Ja, der rennt rückwärts und schießt auch auf mich. Ah, okay. Ich sehe es. Der hat auf mich geschreit und getroffen. Der hat auf mich 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 getroffen, Simon. Hada! Der hat auf mich getroffen. Alter, ich habe mit einer Scheißglocke auf dich geschossen. Bist du da sicher, Maxi? Ich bin mir sicher, ja. Ich glaube die haben mich getroffen. Wer mit einer Scheißglocke habe ich auf dich geschossen. Was? Er ist es. Er ist es. Pfff. Ich mach Waxi. Allianto. Der entschuldigt mich, obwohl ich innocent bin. Hey! Das bin ich! Hör auf! Er ist kein Inno, Simon. Töte ihn! Allianto. Und Herman. Nix, Herman. Alles klar. Bin ich auch ein bisschen trigger heavy. Ja, Allianz und Firmen. Allianz und Firmen. Allianz ist es offensichtlich. Ey, hör auf! Ich hab nichts gemacht! Hermann ist es! Hermann ist neben ihm! Und hast auf mich geschossen! Ja! Ich hab die Leiche nicht mehr gesehen! Ich hab einen Traitor abgeschossen! Hermann ist es! Hermann ist es! Alter! Ja! Ich hab einer Scheißglock auf dich geschossen! Ich hab nichts gemacht! Aber ich stand jetzt neben dem Traitor! Doch du Scheiße! Ja, woher soll ich das wissen? Ich hab nicht gesehen, dass ein Leiche liegt! Ja, Hermann hat mir einen abgeknallt! Ich hab das nicht gesehen! Ja, dann bist du selber schuld! Ich hab das nicht gesehen! Wofür bin ich denn da schuld, wenn ich das nicht sehe? Also wenn ich wohl umschuldig beschuldigt werde, dann fucking Maxi, ey! Doch es klingt jetzt egal, was ich bin, ein Headshot! Allianz, du weißt es doch, Markus, irgendwie verliebst man. War das ein Gift? Naja, es hat bei mir ausgesehen, als hätte ich getroffen. Ja, bei mir auch! Scheiß Glück! Und dann werde ich beschuldigt dafür! Ja! Aber es hat einen grünen Rauch gemacht, wo du geschossen hast! Ja, scheiß hab ich einen grünen Rauch gemacht! Wahrscheinlich hat der Xaba einfach so daneben geschossen, dass er zu uns kommt! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich hat der Xaba probiert für Vergiften! Ja, aber das ging irgendwie nicht! Das ist irgendwo unten gewesen! Also, klar! Ey, weißt du was bei mir die ganze Zeit unten steht? You will kill by Herman! Nein, Herman! Steht bei mir die ganze Zeit unten! Nein, Herman! Vorsicht raus, weg da! Nein, Herman! Herman, das war ein riesengroßes Missverständnis! 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 Okay! Okay! Ich wollte halt letztere mich auf dich schießen, weil ich bin nicht sicher, wenn Markus nichts gesagt hat auf einmal! Ja, ich habe mir auch gewöhnt, dass jetzt fühle ich mich gut! Ich glaube, ich dachte, du wärst Traitor, du hast mit einer grünen Gun auf mich geschossen! Bei mir steht die ganze Zeit unten, Herman, ein Chicago Traitor, hat mich getötet mit 200 in einem Hüt! Irgendwas stimmt da nicht! Irgendwas stimmt da nicht! Irgendwas stimmt! Jetzt steht's nicht noch! Herman! Herman! Ich bin's nicht! Warum? Also! Oh! Meine auch! Da kann ich ja nicht umgehen! Oh, das liegt aber im Weg! Was denn? Alter! Die Person! Ich dachte, die schießt so schnell! Da! Minecraft Pirates ganz oben! Gewonnen! Gewonnen hat Magnum! Hat Magnum! Geht's jetzt! Geht's jetzt! Geht's jetzt! Und nicht bitte zweimal dieselbe Map! Wählen immer was anderes! Tschüss! Nein! Tschüss! Tschüss! Und dann geht's! 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 Vielen Dank.